Willkommen zu unserer zweiten Wanderung in Schottland. Wir sind hier in den Kern Goms unterwegs und es ist hier eine wirklich wunderschöne Landschaft mit verschiedenen Seen und wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit. Wir sind hier in den Kern Goms. 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 Okay, wir sind hier in den Kern Goms. Okay, wir sind hier in den Kern Goms. Wir sind hier in den Kern Goms.